und willkommen zum ersten part von batman arkham asylum bei scarcrow lp und fangen wir an starten ein neues spiel helligkeit mache ich ein leichtes bisschen hoch weil das auf youtube immer etwas dunkler rüberkommt das erkennt man auch bei ziemlich vielen minecraft lps wir spielen natürlich auf normal und das spiel unterstützt automatisches speichern trallala ja das ist freundlich von dem spiel soll es regnet das ist schade ich dachte es wird ein sonnig fröhliches let's play ohne regen aber nein lassen wir die video sequenz ihren weg gehen jetzt fängt es an jetzt fängt es an als im film aber das darf es ruhig ich habe eine bombe richtig schön düster das gefällt mir das gefällt mir Und da sind wir auch schon. Hey Sharpie! Toll, was du aus diesem Ort gemacht hast. Für dich heißt das Anstaltsleiter Sharp. Bowles! Yo, Frankie! Wie geht's Frau und Kindern? Vermisst du mich? Klappe, Cloud! Viele hier würden sich gern mal mit dir unterhalten. Wirklich! Laufen stört mich nicht! Hey! Nicht so fest, du zerknitterst den Anzug! Bringt diesen dreckigen Kretan hier raus! Anstaltsleiter, hier stimmt was nicht. Ich gehe mit ihm. Das würde ich auch mal sagen, ja. Stimmt ja. Stimmt ja hier von hinten bis vorne nichts mehr. Ist komisch in der Gordon. Ja, Sir. Er wartet bei der Patientenübergabe auf Sie. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Sharpie liebt seine Kameras. Hey Sharpie! Filmst du auch meine Schokoladenseite? Aber naja, ich sehe überall gut aus. Du siehst überall gut aus. Sieh dir nur die neue Sicherheitstechnik. Wie soll hier noch jemand ausbrechen? Ach. Ein neuer Patient ist der Lobby der Intensivverhandlung. Das nicht erforderliche Schatz. Oh, keine Waffen. Ja. Es ist jetzt wieder schön! Auf meine kleine... Ah! Ah! Le? Le? Okay. Was ist das jetzt? Wow, das sieht aus wie vorhin die uns hier grillen. Was ist das so mit Z-Z-Zu? Was zur Hölle tun die mit uns? Ich habe ein rotes Licht. Mehr so verwischt die Gegenstände. Ach so, die Scatter ist da. Ich will das Joker noch mal zufüllen. Äh, das ist nicht der Patient. Das ist... Ah, was schmuggelst du damit rein, Bats? Sag's mir, los, sag's mir! Batterangs? Batscrows? Batsnakes? Alles! Er ist gerne schaltet bei Joker auf grün. Öffnet das Tor, holt ihn hier raus! Ich will, dass stets Waffen auf ihn gerichtet sind. Lass dir nichts aus den Augen! Es ist später noch genug Zeit für dich, Cash! Apropos Zeit! Tick-Tack! Tick-Tack! Hör ich da hin! Passen Sie auf, Dr. Jan! Ah, Gott! Was ist los dann? Schreiben Sie mich für morgen um vier ein! Wir müssen viel aufholen! Gut! Bleiben Sie hinter mir! Was ist so ein scheiß Schaden? Wir sind Quincy Schaden! Anstellsleiter in Arkham! Das ist mal der Lieblingsshow! Ich bin ein scheiß Leiter Idiot! Du entfammst mir niemals! Das ist ja super! Hey! Joker! 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 Ja! Ich bin gleich bei dir, Boss! Ja! Sicherheit! Joker! 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 Oh, das ist aber doof für die armen Jungs da! Das ist aber doof für die armen Jungs da! John Gay! Das war ein schöner Name! Lassen Sie meine Temperatur messen? Ich lasse gern meine Hosen runter! Das ist äh... Ach, und du lässt auch gern seine Hosen runter! Der will der liebe Herr Gay bestimmt mitmachen! Was hast denn du da? Alkohol! Er hat Alkohol dabei! Das! Das! Mitten! Mitten im Dienst! Das geht ja wohl nicht! Was steht da hinten? Kannst du die Spannung in der Luft drehen? Ah! War wieder das Waffenverbot! Dann war es wohl einer der Waffen! Waffenverbot! Croc! Alter Junge! Bist du das? Big Croc! Ah, cool! Cool! Doch ein bester Freund von Batman! Batman! Ron sieht ja geil aus! Also... Geil nehm! Nicht in diesem Sinne gemeint, nehm! Ähm! Mist war's schmein! Was macht denn du? Ich wittere dich, Batman! Witterst mich? Ich steh direkt vor dir! Ich bringe dich zur Strecke! Ich witte die man zum toten Spuh! Krieg dieses Tier endlich aus der Kontrolle! Krieg das Ding hier raus! Ein Spielzeugwort hält mich nicht davon ab, dich zu töten, Batman! Doch! Bis jetzt schon! Oh, jetzt hab ich aber Angst! Das erinnert mich an was! Ich muss mir wirklich neue Schuhe besorgen! Okay, nach oben! Nö! Schon ganz okay! Okay! Oh ja! Okay! Allein mit Jokern im Aufzug! Das kann ja heiter werden! Wiii! Wiii! Ja! Das ist bestimmt tolle Party! Spence! Ich hab immer noch was in der Hinterhand! Oder findest du es nicht komisch, wie ein Feuer in Blackgate dazu geführt hat, dass hunderte von meinen Leuten hierher verlegt wurden? Nein, ich find das gar nicht komisch! Hatte ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst? Nein, hat's nicht! Oh, Frankie! Du solltest wirklich lernen, dein fettes Maul zu halten! Das bringt dich doch in Schwierigkeiten! Sag mir eins! Du würdest niemals zulassen, dass ich dich so leicht schnappe! Was willst du wirklich? Genau, was willst du wirklich? Hunderte, die in Angst und unter Schmerzen starben! Auch das ist ja wirklich nicht viel! Alle ihre wertlosen Leben werden zu einem schrecklichen Ende gebracht! Vielen herzlichen Dank! War das die Antwort, die du wolltest? Ja, das war natürlich die Antwort, die ich wollte! Alle Patienten sollen verkackt mit Insassen aus dem blöckigen Gefängnis vermeiden! Ihre Anwesenheit in uns! Wow! 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 Fuck! Was macht er? Pauli! Gleich, wo du bist! Holt deine Taschenkarte! Strahlt ihn an! Ah! Gut! Gut! Anwesenheit in uns! Unser Anstalt ist nur... Was? Vertraue ich mir nicht! Alle sind in Kontrolle! Es wird abgeladen! Unser Gast ist angekommen! Gut! 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 Auf Alpha! Auf Alpha! Ach so! Ach so! Joker überfällt das Rathaus, nimmt den Bürgermeister als Geisel und überlässt es mir, mich mit den Spezialkommandos, den Medien und dir rumzuschlagen! Ja, das war eine höllische Nacht! Hoffentlich die letzte, die wir jemals mit ihm hatten! Ja, klar! Okay, das ist... Das ist sowas von Harley Quinn gewesen! Tut mir leid, Batman! Nur für Alchem Personal! Ich versichere ihn! Wenn jemand qualifiziert ist, dann... Ich danke ihm für die Unterstützung! Okay, Joker hat einen Plan! Aber das würde die gewalttätigeren Patienten aufstacheln! Ich glaube, er spricht über dich, Ben! Ja, Joker hat einen Plan! Fühl dich nicht wie ein Fremder! Du bist dir eh verstanden! Einen bösen, bösen Plan! Mann! Ich muss sagen, es ist gut! Ich weiß jetzt schon, dass es bald etwas actionreicher hier zugehen wird! Das gefällt mir nicht! Wenigstens ist er wieder da, wo er hingehört! Ah! Ich habe gerade gesehen, er hat Alkohol getrunken! Ha! Joker ist auf der Flucht! Okay, ich wusste es! Ich habe gerade gesehen, er hat einen Plan! Der Schatz geht auf deine Kosten! Liebling, ich bin zu Hause! Ich wusste doch, dass Harlequit irgendwas... Oh, das ist fies! Willkommen im Egelhaus, Batman! Ich stelle eine Falle auf und du bist herrlich reingetraut! Jetzt lass die Party beginnen! Oh! Das ist wirklich eine coole Party! Ich darf einen Tupen aufs Maul hauen! Meine Damen und Jehe! Ich entschuldige mich für die Unterbrechung! Oh, das macht Spaß! Oh, das macht irgendwie richtig Spaß! Und dann hat er auch noch so geile Moves! Na ja! Sie nehmen uns hier ein aufmerksames Ruflikon! Oh! 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 Das ist gegen Hammer! So... Was feuern die Joker an? Wer feuert Joker an? Ach, da sind noch welche. Cool. Kommt auch. Ihr kriegt mich nicht. Wie? Ach, Runde 2. Oh, cool. Kann ich dann noch mitkämpfen? Kontern. Jetzt. Das macht es langsam Spaß. Aua. Trottel. Was ist das? Was ist das? Hey, ich wollte nicht... Das ist nur egal. Kontern ist cool. Wenn man das ein bisschen drin hat. Und gekontert. Ha, das ist lustig. Das System ist blockiert. Wir sitzen hier fest. Joker hat die Kontrolle über die Sicherheitsfunktion. Alter, wie sieht der denn aus? Ich finde einen Weg raus. Gordon, versuchen Sie den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm, was passiert ist. Ich komme zurück. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst, Wes. Ich habe die Kontrolle über die Anstalt. Ihr geht an keinen Ort, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ist das klar? Wenn du denkst, dass ich dich entkommen lasse... Bla, bla, bla! Immer dieses Heldengesülze. Wenn ich dir zusehe, wird mir langweilig. Wieso kommst du nicht einfach und findest mich? Werde ich machen. Aber jetzt gucke ich mich erstmal noch ein bisschen... Du weißt, dass es eine Falle ist. Natürlich ist es das. Oh, warte mal, was ist das? Das ist ein Riddler-Zeichen. Ich weiß nicht. Die meisten müssten den Riddler kennen. Wenn man sich ein bisschen mit Batman auskennt, gönnt man den Riddler. Okay, warte mal. Ich habe, glaube ich, gerade eben noch was gesehen, was interessant aussah. Und zwar das da. Kann man da durch? Ja, man kann da durch. Cool. Cool. So, muss man erstmal Muskeln haben, so ein Ding da wegzuhauen. Und jetzt kriechen wir da rein. Oh, eine Riddler-Trophäe nehmen. Okay. Das heißt, es hat wohl irgendwas damit zu tun. Cool. Und laufen wir mal ein bisschen. Mit Riddler-Zielen. Boah, was habe ich kaputt gemacht? Was war das? Überall, wo der Verrückte... Oh, ein Klapper-Geriss. ...folgt die Sicherheit der Tod. Alle Patienten sollten ihre Medikamente jeden Tag zu den verschriebenen Zeiten nehmen. Was soll das noch? Die Nutz. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B 3. Oh, eine Warnung. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B... Ach, Warnung. 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 Sicherheitslücke auf Ebene B 1. Tja. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B 6. Mach ich alle fertig, die Klappergebisse. Warnung. Hey, Batman. Hier drüben. Wo? Wie, wo? Wo hier drüben? Ach, da. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B 3. Was ist passiert? Joker ist passiert. Du hast Glück, dass du noch lebst. Er muss da dran gegangen sein. Die Tür klemmt. Ich versuch, sie zu öffnen. Wir brauchen bei der Ruhestellung Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen Hilfe beim Ruhestellen. Hört das jemand? Können Sie mich hören? Ich bin bei Batman. Hallo? Wo sind Sie? Brauchen Sie da unten Hilfe? Nein. Ich arbeite besser allein. Seid ist frei. Oh, Bats, wir haben das gleich gedacht. Oh Gott, er hat Mike. Ja! Franklin, kannst du mich hören? Falls du mich hörst, Hilfe ist unterwegs. Was ist das? Oh, cool. Dann, da kamen wir hier. Da lang. Muss man da lang. Oh, nee, das war der Rumpf. Nee, da muss ich nicht. Oracle, hörst du mich? Laut und klar, was gibt's? Joker ist der Bewachung entkommen. Erläutert. Ach, Karte. Brian, Arkham. Dahin muss ich, okay. Brauchst du was? Ist mein Dad immer noch da? Commissioner Gordon ist in Sicherheit. Joker hat keinen großen Vorsprung. Ich melde mich. Lass die Finger vom Auslöser sässt. Ah, da ist Säs. Cool. Da haben wir ihn doch. Dich werden wir gleich bewusstlos hämmern. Bitte, du musst ihn retten. Ja, ah, mach ich ja schon. Wer finselt denn da so? Also, bitte. Ah, da haben wir ihn doch. Halt, er hat dir nichts getan. Lass ihn gehen. Moment mal, ich spreche mal mit der Wache. Nee. Ich muss nah genug an Säs ran, um zuzuschlagen. Hallo, ich will mit dir sprechen. Am Boden wird er mich kommen sehen. Deshalb bleibe ich oben. Jörg, muss ich es dir noch sagen. Jetzt geht's. Bleib weg. Säs hat meinen Kumpel. Er wird ihn grillen. Mach was, bitte. Mach ich ja. Ja. Beschäftigen Sie ihn. Ich muss hinter ihn. Ach, mal, der Gatschant ist. Er hat dir nichts getan. Lass ihn gehen. Hochschau. Dieser alten Wassersprache sollst du mein Gewicht tragen, falls ich mich darauf schieße. Cool. Jetzt muss ich, glaube ich, hinter ihn und... Ja. Wieder ein Gleittritt. Das kriegt er jetzt auch rein. Säs ist am Boden, aber nicht lange. Ich muss nah ran und ihn ausschalten. Okay, ausschalten. Bitte. Hey, SDRG und ausschalten. Hey. Geht doch. Jemand muss dieses Tier zurück in seine Zelle bringen. Ja, das sollte wohl jemand tun. Kannst du mich hören? Geht das Ding? Oh. Oh, hi, Batman. Hier ist Harley. Hallo, Harley. Wie gefällt dir meine neue Uniform? Oh, die gefällt mir super. Ja. Und ich will dir auch was zeigen. Was, noch mehr? Einen Moment, Batman. Oh, jetzt macht sie sich... Och. Och, nee. Das ist langweil. Geilig. Das will ich gar nicht sehen. Ich springe für den alten Mann ein. Na gut. Der alte Sharpie war nie glücklicher. Falls du's noch nicht gemerkt hast, heute ist der Tag, wo Joker nach Hause kommt. Und du bist der Ehrengast. Du hast eine Chance, dich zu ergeben, Quinn. Verlassen, Batman, aber keine Chance. Die Insassen haben jetzt in der Anstalt das Sagen. Na, technisch gesehen sind das Jokers aus Blackgate angekarrte Schläger. Aber du weißt, was ich meine. Mach's gut. Das wird noch lustig. Batman, hörst du das? Oracle, ich bin hier. Die Anstalt ist gerade aus dem System verschwunden. Er kontrolliert das Sicherheitssystem. Wahrscheinlich hat er es vom Netz getrennt. Das ist nicht alles, was er gemacht hat. Alle Polizeieinheiten melden, dass er in ganz Gotham Bomben versteckt hat. Er sagt, er lässt sie hochgehen, wenn jemand seinen Fuß auf Arkham Island setzt. Es wird noch zurückgehalten, aber die Story wird jeden Moment veröffentlicht. Er lügt. Das ist nur ein Trick, um Leute fernzuhalten. Woher weißt du das? Ich kenne ihn. Oh, wieder ein Riddler-Trophäe. Ich kann das Tor nicht öffnen. Wir sind hier eingesperrt. Versuch's mit dem Funkgerät. Die Aufsicht sollte das Tor runterfahren können. Harley glaubt, sie hat mich in der Kammer eingeschlossen. Sie war noch nie besonders schlau. Gut. Ja, sie denkt, sie hat uns eingeschlossen. Das glaubt sie aber auch. Nur... Moment, wie müssen wir denn jetzt lang? Möglicher. Warte mal, was ist das da da hinten? Das rote? Gleit. Ah, das ist nochmal so. Ist das nochmal so ein Riddler-Trophäe? Keine Ahnung, ich öffne mal. Weg damit. Von Seth geschnappt, aber jetzt ist alles unter Kontakten. Er ist raus. Batman hat einen Weg rausgefunden. Ja, ja. Ja, ich hab einen Weg rausgefunden. Und... Ich geh mal hier durch. Was ist da? Batman, du kannst jetzt den Wächterfunk mithören. Steve, noch mehr Blanket-Gefangene beim Heizkessel. Wer ist das hinter ihm? Was zum... Es ist Joker. Der ist frei. Wie konnte er aufbrechen? Ja, das hättest du auch gerne miterlebt, ne? Tut mir leid, der Funkverkehr schüttelt. Der Wüttler-Trophäe. So geht's nicht. Ich versuch's weiter. Ah, da kann ich raus. Und auf damit. Boom. Jetzt muss ich noch nicht töten. Und dich töten. Hey, und... Dich töten. Wie ich seh gerade, es hat... Da schon gespeichert. So rechts. Das heißt, ich werde jetzt... Sehr wahrscheinlich aufhören. Ja, ich muss aufhören. Und man sieht sich im Nest. Sie sind da drin eingeschlossen. Let's Play-Part von Skarko LP. Batman Arkham Asylum.